Freunde, guten Launen und der besten Unterhaltung. Ein ganz kurz knackiges Video unter zwei Minuten, wenn es geht. Für alle Social Media Plattformen, die ich nämlich bediene, ob Instagram, TikTok, aber auch vor allem dem YouTube. Ich will endlich mit F122 mein Team beginnen und da können wir unsere eigenen Lackierungen ausführen. Und ich dachte mir, ganz ehrlich, macht das doch selber, sucht mir doch mal eine Lackierung aus. Und was ihr einfach nur machen müsst, ist folgendermaßen. Wir fangen jetzt hier ganz links an mit dieser Lackierung, das ist Lackierung 1. Wenn ihr die gut findet, schreibt jetzt in die Kommentare Lackierung 1. Wenn ihr die Lackierung gut findet, dann schreibt jetzt Lackierung 2. Und der Unterschied ist ja, ihr seht bei Farbschema, wir können sogar noch die Farben ändern. Wenn ihr also eine Lackierung habt, die euch gut gefällt, dann schreibt die Lackierung dazu. Und wenn es dazu noch die Möglichkeit gibt, die Lackierung zu ändern, dann schreibt ihr eure drei Lieblingsfarben rein. Und ich versuche die einigermaßen mit einzubauen. Egal ob braun, grün, blau, schwarz, lila oder pink, das ist vollkommen egal. Ich baue sie dann mit ein. Also Lackierung 2, wer das hier gut findet, schreibt mir die Kommentare für diese Lackierung. Lackierung 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und am Ende die 11. Und ich werde am Ende mal gucken, welche Kommentare überall so rausgekommen sind, was so ein bisschen überhand genommen hat, welche von den Leuten am schönsten die Lackierung ist. Und die nehme ich dann, also wer am meisten für irgendeine Lackierung gestimmt hat, die nehme ich dann und werde dann am Dienstag oder Mittwoch das Video dazu veröffentlichen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, genießt das schöne Wetter und auf Wiedersehen.